Und zwar schauen wir hier gerade die Zweitliga-Konferenz, wo am Ende mindestens zwei Vereine direkt hochgehen, beziehungsweise zwei Vereine werden aussteigen in der ersten Liga spielen. Aber es gibt natürlich dann noch ein paar mehr Vereine, die nächstes Jahr weiterhin Zweite Liga spielen. Und da gibt es ja vielleicht den ein oder anderen interessanten Spieler für Vereine der ersten Liga, die darauf gucken und sagen, vielleicht hat der Niveau für eine Etage höher. Und wir haben uns überlegt, lass uns mal schauen, welche Spieler oder in welchen Spielern wir Bundesliga-Niveau sehen. Bisschen ausgeklammert Vereine, die jetzt eh hochgehen oder die klassischen Namen, über die man häufiger spricht. Sondern ein bisschen under the radar wäre, welche Spieler könnten auch in der ersten Liga spielen. Oder die wir einfach auch vielleicht gerne mal sehen würden. Könnte der es vielleicht auch in der ersten Liga machen? Ja, genau. So in die Richtung, ne? Also Dennis Diekmeier. Was ich ja zum Beispiel für 400 Einsätze oder so. Was ich nämlich, und du sagst mich genau das Richtige, was ich auch so ein bisschen außen vor gelassen habe, sind das Leute, die schon wirklich viele Bundesliga-Spieler haben. Ja, also wenn du zwei, drei Saisons auf Bundesliga-Höhe gespielt hast und mehr oder weniger Stammspieler warst, dann bist du für mich auf jeden Fall raus. Genau, also Niklas Füllkrug wird jetzt hier nicht fallen. Der steigt ja auch wahrscheinlich auf. Der steigt auch doppelt raus. Höchstwahrscheinlich. Nico, wen hast du da auf dem Schirm? Also ich habe zwei Namen mitgebracht und ich würde gerne anfangen mit einem Spieler, von dem ich glaube, dass er nur zu einem Aufsteiger reinpasst. Der passt nur zu einer Mannschaft, die gegen den Ball spielt, sag ich mal, als mit dem Ball. Und die Rede, ich denke an Bale Gimbe von Jan Regensburg. Ein knüppelharter Zweikämpfer auf der Sechs. In der zweiten Jahr in Folge einer der besten Zweikämpfer der Liga. Ich glaube, aktuell ist er dritter, tackles one. Er ist auch immer mit davor dabei bei Yellow Cards, Red Cards und sowas. Ist ein, wie gesagt, er ist wirklich knüppelhart, ist ein Mentalitätsspieler. Wie alt ist der? 25. Ist gut in der Luft, ist außerdem gut darin, weil er viel hackt, auch darin gehackt zu werden. Ist Nummer eins mit gefoult worden. Er ist am meisten Fouls in der zweiten Bundesliga diese Saison. Ungewöhnlich als Verteidiger, muss man da sagen. Genau, er spielt eher Sechser, also auch bei Bale Gimbeburg. Ja, aber ein defensiver Spieler. Genau, ungewöhnlich. Und ich glaube halt, bei ihm muss man, glaube ich, so ein bisschen das in den Kontext setzen, dass man sagt, auf der Doppelsechs bräuchte der jemanden neben sich, der das Spiel macht. Denn man muss ganz klar sagen, seine Passqualität ist so. Vielleicht ist auch seine Zukunft in der ersten Liga, vielleicht wäre die sogar eher in der Innenverteidigung. Kann, wie gesagt, beides spielen. Ich habe noch einen anderen Namen. Das ist wirklich nur ein Name, wo ich immer, wenn ich Regensburg zugucke und der ein gutes Spiel hat, und übrigens in der Rückrunde, die sind alle abgefallen, er war in der Hinrunde für mich fast der beste Regensburger und war auch immer noch in der Rückrunde wirklich gut und ich mag den Mann. Aber es klingt wirklich so, als würdest du einen Spieler beschreiben, wo so ganz klar, sag ich mal, ab Tabellenplatz 12 nichts mehr geht nach oben. Auf gar keinen Fall. Das ist jemand, den kannst du dir holen, wenn du, wie du sagst, Drecksarbeit gegen den Ball machst. Dominik Kor 2.0. Vassiliadis bei Bielefeld, so diese Rolle. Der Typ, der wirklich dafür sorgt, dass der Laden zusammengehalten wird und ist auch Kapitän von Regensburg. Also das ist ein ganz wichtiger Mann da. Und ich glaube einfach, ich könnte es mir einfach vorstellen, dass der auch in der ersten Liga funktionieren könnte. Hast du einen oder zwei Namen, Christoph? Ich habe anderthalb Namen. Anderthalb, das ist mehr als ich. Willst du dann jetzt schon mal einen machen? Ja, ich mache gerne einen und zwar einen, der auch unter anderem mit dem HSV in Verbindung gebracht wird und in meinen Augen wirklich auch, ja, schon Erstliganiveau mitbringt. Das ist nämlich einer, wenn nicht vielleicht sogar der beste, reine Flügelspieler der zweiten Liga, würde ich behaupten. Zumindest gehört er zu den Besten. Seine Heatmap, finde ich ganz schön, sieht aus wie Hiele. Also wirklich. So dünn, oder? Linke Seite einfach nur rauf und runter. Das ist knallrot und der Rest des Feldes ist irrelevant. Und dir geht es von Fabian Rehse, von Holstein Kiel. Der alte Rehse. So alt ist er noch gar nicht. Der hatte ja auch wirklich eine Bundesliga-Karriere vorgesagt. Eigentlich schon. Der hat ja auch, genau. Am Bremen. Der hat ja auch, glaube ich, er hätte die Möglichkeit gehabt, glaube ich, Erste Liga zu spielen. Ähm, aber ist jetzt eher seit ein paar Jahren in der zweiten Liga zu Hause. Aber, also mir ist er schon ziemlich häufig aufgefallen. Äh, jetzt natürlich nochmal einen genaueren Blick darauf geworfen, als der HSV da in, äh, in Ring geworfen wurde oder mit dem HSV in Verbindung gebracht wurde. Ähm, der bringt halt eine gewisse Athletik mit, ein gewisses Tempo mit. Eins-gegen-eins-Stärke. Und hat eine gute Übersicht und schlägt gute Flanken. Und auch statistisch gehört er wirklich zum absoluten obersten Regal, was wirklich Flügelspieler angeht. Meiste Dribblings insgesamt, meiste progressive Läufe mit Ball. Also er trägt den Ball auch immer fleißig mit nach vorne. Meiste Flanken pro 90 Minuten und die drittmeisten Schlüsselpässe pro 90 Minuten. Innerhalb der zweiten Liga jetzt, oder? Innerhalb der zweiten Liga, ja klar. Ja, aber, ähm, ich glaube schon. Also er ist natürlich jetzt, vielleicht ein Spätsünder, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen Potenzial mit drinsteckt und Erste Liga. Zwei Fragen, hast du schon gesagt, wo der aktuell Stats-Technisch steht dieses Jahr? Äh, du meinst so Total-Stats-mäßig. Ja, ganz spannend. Also ich, ähm, ich hab's mir leider nicht genau aufgegeben. Ich glaube, zwei Tore und sieben Vorlagen oder so. Er underperformt in beiden Bereichen, was Expected Goals, maßlos. Er hat über fünf Expected Goals, hat aber nur zwei gemacht. Ähm, könnte sich angleichen und Expected Assists hat er sogar auch noch mehr haben können. Ähm, auch ganz interessant natürlich, ähm, so jemand fliegt dann erstmal ein Jahr under the radar. Und ja, ich glaube, in einem besseren Umfeld würde er diese, diese Werte, diese Expected Goals und Expected Assists-Werte auch eher erreichen können. Gerade in Sachen Expected Assists bist du natürlich abhängig davon, was für Menschen du hast, die das verwerten, was du ihnen gibst, ne? Genau. Also er ist jetzt kein ultra-tor-gefährlicher Typ, aber trotzdem bringt er sich in die Position, um Tore zu schießen, weil sonst hättest du keine fünf Expected Goals als Flügelspieler. 24 müsste er sein, oder? Ja, der ist ja, der ist ja erst vor zwei, drei Jahren oder vielleicht vor drei Jahren, ist er doch von Schalke zu Bremen gegangen, oder? Und da hieß es doch auch so, war das nicht Fabian Rehse? Ich hab da irgendwie Bremen. Nein, also Schalke, Schalke ist richtig, du denkst an Fürth wahrscheinlich, an den Grünen. Er war bei, er wurde zu Karlsruhe ausgeliehen, kommt aus der Schalke-Jugend, wie du schon gesagt hast, war bei Fürth und ist dann 2020 für 100.000 zu Holstein Kiel gewechselt. Übrigens spannenderweise gebürtiger Kieler, wie ich gerade gesehen hab. Oh. Will ich gar nicht mehr wegreden jetzt eigentlich, muss er doch da bleiben wollen. Ah ne, genau, stimmt, er hat in der Kiel-Jugend gespielt, ist dann in die U17 zu Schalke gegangen, genau. Ich seh doch schon ein gewisses Erstligapotenzial, vielleicht halt nicht, ne, oberstes Regal, aber so viel, wenn, der könnte, glaub ich, auch so einen offensiven Schienenspieler spielen. Ja, ja. Weil der auch nach hinten arbeitet, hat die Physis dafür viel Spaß. Benjamin Goller war das, der von Schalke zu Bremen gegangen ist, an den ich gerade gedacht hab. Niklas, wen hast du? Dann hab ich bisher, glaub ich, den Jüngsten in der Runde und auch der, wo ich echt sagen würde, I don't know, wo das Limit ist. Es ist gerade jetzt noch schwer zu sagen und der Mann spielt beim KSC und hat auf den Namen Tim Breithaupt. Mmh, ja. Tim Breithaupt, der ist 20 Jahre alt, ich glaub auch dieses Jahr erst geworden, ja im Februar 20 geworden, hat 28 Spiele vor diesem Spieltag gemacht in der 2. Liga und hat da im Schnitt, glaub ich, 78 Minuten gespielt. 1,92 groß, ist ein Sechser, kann aber auch Innenverteidiger und spielt auch, wenn er ein Sechser spielt, sehr ähnlich dazu, dass jemand, der im Spielaufbau sich gerne tief fallen lässt, gerne tief den Ball abholt, zwischen die beiden Innenverteidiger rückt, da viel am Spiel beteiligt ist. Spielt eine Passquote aktuell von 89,8%. Das ist sehr, sehr ordentlich, vor allem in der 2. Liga, wo, ja, so ein bisschen ruppiger, unkontrollierter auch gerne mal zugeht. Man muss dazu sagen, da würde ich sagen, ist sein größtes Manko bisher, auch wenn er drei Assists auf dem Papier hat, ist sein größtes Manko und da hab ich auch die größten Zweifel, wo die Reise hingehen könnte. Weil er hat im Passspiel nach vorne noch extrem viel Luft. Also die 90% Passquote kommen auch daher, dass er sehr konservativ spielt, den Nebenmann sucht, zurückspielt. Also er hat definitiv noch viel, viel Luft nach oben, was Bälle nach vorne angeht. Das progressive Spiel, da sind auf jeden Fall noch Mängel vorhanden. Du willst was einwerfen? Ich würde nämlich was einwerfen, weil dann würden wir nämlich direkt zu meinem halben Spieler kommen. Der spielt nämlich genau neben ihm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund dafür, dass er da auch nichts machen muss, weil das ist nicht seine Rolle. Er war halt ein der besten Langpassgeber der 2. Bundesliga neben sich mit Marvin Wanicek. Das Problem bei dem ist halt, der ist schon 29, aber irgendwie, der spielt seit Jahren konstant gut und ist wirklich, also ich hab mir extra nochmal ein bisschen was angeguckt. Diese langen Bälle von dem, die Standards, der ist so gut, was das angeht. Und dann gibst du halt, als, was ist er, 19-Jähriger, gibst du halt, oder 20, gibst den Ball halt lieber mal nach Heck, einfach rüber und da ist Wanicek und der schießt die langen Dinger nach vorne, Diagonalpässe. Deswegen, was er hat, und das ist bemerkenswert, er hat 4,93 Interceptions pro 90 Minuten. Das ist natürlich in der 2. Liga, aber in der, in den Top, im Top-5-Ligen-Vergleich ist da der Spitzenmann Milan Badei von der Fiorentina mit 3,99 oder so weiter. Ja, einer für den HSV. Also, also knapp 5 Interceptions pro 90 Minuten sind absoluter Spitzenwert. Also, was er wirklich gut macht, ist, er ist ja auch lang, ist groß, hat ein gutes Stellungsspiel, kriegt die Beine dazwischen, unterbricht viel. Er ist ein ganz spannender Spieler, definitiv, der Offensiv-Output muss besser werden, aber wenn er sich da mehr zutraut, und wie gesagt, gerade erst 20 geworden, wenn das besser wird, seh ich da schon jemanden, der echt ein spannender, klassischer, so ein tiefer Sechser werden könnte. Also, find ich einen superinteressanten Spieler, Tim Breithaupt. Ich will noch meinen Namen nennen vom zweiten Spieler, weil ich finde auch, dass man den tatsächlich nach dieser Saison nennen muss, es ist ein ehemaliger HSV-Spieler, spielt bei Fortuna Düsseldorf. Khaled. Richtig. Ja. Khaled Narey von Fortuna Düsseldorf, die Saison brutal in Form, hat ja damals, als er zum HSV gekommen ist, glaube ich, das erste Halbjahr, hat er richtig stark gespielt, da hat er irgendwie, ich glaube, sechs, sieben Tore, drei Assists, dieses Jahr ist er der Top-Vorlagengeber der zweiten Bundesliga, ist in den Top sechs, sieben, acht bei Tore und Assists zusammen. Er hatte ein großes, es war ein großes Versprechen in die Zukunft, Anfang seiner Karriere, man muss aber eben bei ihm halt dazu sagen, dass er nicht funktioniert, hat in der Vergangenheit beim HSV, bei Fürth nicht gut funktioniert, bei Dortmund sich nicht durchgesetzt, das sei mal geschenkt, aber ich finde, nach dieser Saison muss man wenigstens einmal gesagt haben, Die Stats sind brutal, ne? Genau, komplett brutal. Und, also offensiv eine der größten Waffen in der zweiten Bundesliga die Saison, ganz einfach, aber er hat eben bis jetzt nur bei der Fortuna funktioniert und ich möchte ihn aber hier erwähnt wissen, nachher wäre mein zweiter... Wer weiß, vielleicht geht er mit Daniel Thun zusammen nächstes Jahr hoch, wenn die Fortuna so weiterspielt. Vielleicht? Also was sie gemacht haben seit dem Trainerwechsel ist wirklich Wahnsinn. Ich habe natürlich ein paar aktuelle HSV herausgelassen, weil ich ja noch die Hoffnung habe, dass sie nächstes Jahr eh Erste Liga spielen könnten, zumindest hatte ich das vor, in diesem Spiel. So wie Wagnermann natürlich gehört in die Erste Liga. Schonlau ist, finde ich, für mich Borderline Erste Liga-Verteidiger. Vuskowitsch, früher oder später, sehe ich da auch. Also die haben ein paar Leute, die wirklich das Potenzial haben, Erste Liga zu spielen. Du hast noch einen zweiten Namen? Ich habe keinen Namen mehr, ich habe nur Tim Breithaupt mitgebracht, damit fahre ich. Gerne mal in die Kommentare, wen ihr für die Erste Liga in der zweiten Liga auf dem Zettel habt.